15. Das Maß ist voll. Gut drauf und wir freuen uns auf die Gruppe Wind. Das wird richtig schlagerlastig und richtig gut. Die machen nicht nur Wind, die machen gute Musik und auch Sonne für das Herz. Ach, lasst euch überraschen, ich freue mich. Wunderschönen guten Abend hier. Da hinten sind Sie, ich freue mich riesig auf die Gruppe Wind live hier auf der Bühne. Nein, ich meine, Dienst lang ist für mich was ganz Besonderes. Warum? Mein erster Auftritt überhaupt noch vor Wind, da war ich 17 oder so, 16, 17, war im Schlosscafé Dölken. Kennt ihr das nicht? Ja, ehrlich. Wer kennt, also viele haben O gesagt, alle, alle. Julia, du warst ja schon mal Gast bei Maß ist voll. Oh mein Gott, ja. Weißt du noch wann, also ich weiß es wirklich nicht, aber weißt du wann das war? Ich glaube, das ist ungefähr zwei Jahre her. Ich komme jetzt mal auf Caro. Seit wann bist du Bestandteil? Seit 2010, glaube ich. Ungefähr. Ungefähr, ja. Also den Andreas habe ich kennengelernt vor elf Jahren, glaube ich. 1, 2, 3, 4. Lass die Tonne in dein Herz. Es geht noch viel lauter. Schick die Weg auf Himmelwärts. Yeah, yeah, yeah. Vergiebt dem auch ein bisschen Freiheit. Ihr habt gehübt. Lass die Tonne in dein Herz. Das haben wir gelernt. Ah, jetzt geht's. Ja, jetzt. Go. Lass die Tonne in dein Herz. Mit Lächeln. Ich hab gedacht, wir komponieren jetzt mal ein Lied. Das Maß ist voll. Das Maß ist voll. Und tut so gut. So gut. So gut. Ja, dieses Maß ist voll. Das Maß ist voll. Und tut so gut. Oh, mein Gott. Entschuldigung, dass ich, das ist der Applaus hier von dem Herr, von dem Herr und von der Dame, ist dafür ganz Entschuldigung, dass ich hier reinkomme. Mein Name ist Theron. Was? Wie heißt der denn? Thestosteron. 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 Ich wollte mich nur ganz kurz vorstellen. Ich habe gehört heute, hier ist DSDS. Dienst lag und sucht das Lagerstar. Und ich wollte ganz kurz bei der Jury vorstellen. Thestosteron. Ich bin, also mein Vater ist, ich komme aus Andalusien. Also, wer das nicht weiß, das ist ja bei Italien. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling. Schade um die Tränen in der Nacht. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling. Weil schon morgen dein Herz da rüberlacht. Weil schon morgen dein Herz da rüberlacht. Weil schon morgen dein Herz da rüberlacht. Grazie, grazie, grazie. Grazie. Ja, ihr Lieben, es war fantastisch. 15. Das Maß ist voll Abend. Wir hatten die Gruppe Wind hier. Eine Riesenstimmung. Unglaublich. Schade, dass diejenigen, die nicht da waren, einfach nicht da waren. Aber was auch immer, wir schauen nach vorne. 22. November 2017, jetzt schon merken, wird Sven Ottke unser prominenter Gast sein. Ich freue mich auf Sie und auch riesig auf euch. Ihr Roland Donner.